Hallo und herzlich willkommen bei mir heute im Gespräch die liebe Silke Alpert und wir haben gerade ein sehr 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 interessantes und tiefgreifendes Interview aufgezeichnet, aber vielleicht liebe Silke magst du da mal was dazu sagen, warum sollten sich die Zuschauer anmelden zum Powerfrauencamp und warum sollten sie vor allem dein Interview anschauen? Ja erstmal finde ich es total toll bei diesem Kongress mit dabei zu sein. Ich habe das gelesen und als du mir die Einladung geschickt hast und alles in mir hat Yes geschrien, weil ich das Thema wirklich toll finde und weil ich auch der Meinung bin, dass egal an welcher Stelle du gerade stehst, du solltest von den Menschen lernen, die schon da sind, wo du hin möchtest und die Inspiration zu holen, gerade über so einen Kongress ist wirklich mega mega wertvoll, denn es sind so viele tolle Frauen hier, die dir Inspiration geben und wir haben ja gerade auch in dem Interview ganz ganz tiefgreifend wirklich mal über Energien, über Frequenzen gesprochen, über das wie du auch mit Rückschlägen umgehst, was dein eigenes Mindset, was deine Gedanken ist und warum du auch der Schöpfer deines Lebens bist und was das mit radikaler Selbstverantwortung zu tun hat. Und ja, das ist schlussendlich das, was du im Business und gerade auch im Business Aufbau unfassbar gut gebrauchen kannst, weil gerade da, ja an diesem Punkt, wo du denkst, ja Yes, ich möchte diesen Schritt machen und dann läuft vielleicht irgendetwas nicht so, wie du es dir gerade vorgestellt hast. Das ist so die Schallmauer, wo viele daran scheitern, weil der Atem nicht ausreicht, es wirklich mal ein bisschen Gänze durchzuziehen und das hat was mit deiner eigenen Energie zu tun und insofern freue ich mich, wenn du dir einfach das Interview wirklich anschaust. Super, also meldet euch an, unter diesem Trailer findet ihr die ganzen Anmeldet-Links, die Teilnahme ist kostenfrei und schaut ja nicht nur das Interview, wobei das wirklich sehenswert ist, sondern schaut euch ja auch die anderen Interviews an, es sind ganz, ganz tolle Speaker dabei. Wir freuen uns auf dich. Ciao!